Ich würde gerne meine Anschrift bei Ihnen ändern. Wie ist der Name? Jonas Ems. Entschuldigung, wie bitte? Einfach Jonas und Ems. Vorname und Nachnamen. Verstehe ich nicht. Könntest du den einfach einmal buchstabieren, bitte, für mich? Ja, das ist J wie Jonas. J. O wie Otto. Ja, O. N wie Nordpol. N wie Nordpol. Genau, ja, N wie Nordpol, ja. Dann A wie Anal. Ja. Und S wie Schlange. Alles klar. Und der Nachname? Ist einfach Ems. Äh, E-M-S. Nee, bitte genau buchstabieren. E wie Ente. So, wie was? Ente, E-Ente, E. E wie was? Ich verstehe das nicht. E wie, Sie sind ein ehrenloser Hund.